Ich könnte jetzt auch sagen, ey, es ist sonst zu still, willst du mich verarschen? Natürlich kommentiere ich alles. Wir sind ja jetzt nicht zu siebt hier unterwegs gerade. Naja. Ja, ja. Ambos, bevor du wieder in deine Selbstgespräche verfällst, in deinem Sittivision-Video. Da musste ich ja mit mir selbst sprechen, du Arsch. Ja. Warum, was habe ich da gemacht? Du hast so gesprochen, als wenn du keine Freunde hast. Ein Kollege von mir ist an der hinteren Feuerwehr bei dir in Elektro und der will dir sein ganzes Loot geben. Aha, und warum will er das tun? Keine Ahnung, vielleicht ist er am Verrecken oder so. Am hinteren Feuerwehr? Ja, ich bin jetzt hier beim Supermarkt. Da ist er. Hallo. Hallo. Er ist deutsch. Ja, ja. Wirst du der Freund vom Fan? Ja, bin ich. Ja. Oh, wie geil ist das? Ich habe einen Busky gefunden. Busbauen. Ah, Freddy Busbauen. Der hat einen Kanister drin, ein Reparatur-Kit, eine Batterie, alles ey. Mal lieber um, vielleicht baut er jemanden an. Dass du dir abgeknallt bist. Hm. Erklärst du mir jetzt noch, warum ich den Loot nehmen soll? Ja. Ja, weil ich den nicht wirklich brauche. Das, du brauchst den nicht. Hast du, willst du hier nicht mehr auf dem Server oder willst du Daisy quitten oder was ist los? Ne, ne, ich will einfach sozusagen neu anfangen halt. Ja gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Danke für den Loot. Gut, naja, kein Ding. Und dann wünsche ich dir viel Glück auf deine Mission. Ja gut, Leute, also ich wäre soweit. Tölt für dich. Was ein Trottel. Was hat der vor? Er will ja einfach nur neu anfangen. Ja, ja. Ich bin jetzt equippt, zwei Trommel-Magazine. Weißt du, wenn du jetzt noch davon sprichst, ne, dann machst du es nur so. Rettenspieler. Rettenspieler. So. Alles klar, ich habe einen erschossen. Ist der tot? Starker Puls. Ah, den Helm. Der Helm sieht noch okay aus. Jetzt ist er tot. Okay, ich hätte ihn vielleicht noch ein bisschen hier looten lassen sollen. Oh, shit. Ob ich das hier gleich noch herkomme. Das wäre jetzt kontroproduktiv. So, View Contents. Der hat ein bisschen was. Oh, der hat ne... Ne Steyr auch. Ich werde mal kurz an den Ort gehen. Meine Sachen da ablegen. Und, ähm... Mal sehen, wie schnell der jetzt wieder herkommt. Das hatte ich dir auch die Frage. Ich glaube, ich gehe in das Silo-Gebäude. Dann lege ich die Sachen ab. Hol denn die her. Und dann kriegst du die gleich. Bist du tot mittlerweile? Nein. Oh. Den sagt immer noch, I'm star wegen, I'm star wegen. Er sagt doch schon, I'm dying on starvation. Das müsste nämlich jetzt langsam mal passieren. Ach, die Tüte hier. Ach, scheiße. Das Ding ist gar nicht zugänglich. So, lege ich mal meinen ganzen Scheiß hier ab. So, lege ich habe. Was hast Sein? Okay. Oh. авт. Ich hab bloß aus der Ferne gesehen, durch diesen Sandsack-Dingend, dass der da kam. Ich denke, ich war auch noch gut, wartest du mal. Ich dachte, wenn es ein Bambi ist, lässt es vorbei rennen. Aber dann habe ich gemerkt, okay, da scheint ein bisschen was zu haben. Ich habe mich schon immer gewundert, wie die das wohl machen. Deswegen haben die da immer streamen. Ach du Idiot. Was hast du gemacht? Hast du gerade gequatscht? Wenn ich Ding, wenn ich an der... Gibt's an der Fabrik ein Ding? Ein Brunnen? Halt, ich hätte einer in-game Hallo gesagt. Im Stream oder was? Nein, in-game. Ach so. Du bist das nicht. Nein. Okay, Beats, bist du das? Oh, ja. Ja. Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei der Stroh-Schein-Party. Was kann ich für sie tun? Komm mal raus. Was? Komm mal raus. Warum? Warum redest du auf Englisch? Warum redest du auf Englisch? Ich glaub's doch selber nicht. Fuck you. Was? Ja. Bist du das? Ich bin das. Ich hab deine Stimme nicht erkannt, Alter. Immer nicht flüstern? Du Spangen, Alter. Hey, wo bist du? Hier unten. Mein Gott. Ja, hier. Bedien dich. Du Sack. Ich dachte gerade, ey. Du sollst dich da bedienen, bevor der Scheiß diesbaut. Guck an, was du brauchst. Und nimm dir den Scheiß. Da sind einige Sachen von ruiniert halt, ne? Aber das reicht ja erstmal, um Sachen mitzunehmen. Waffe und so geb ich dir gleich. Ach, der macht Scheiße mit uns hier, der sagte. Ich sag's ja. Das ist ja nicht mehr normal, ne? Fand ich jetzt nicht so schön, die Aktion. Eigentlich müsste ich dir ein zweites Arschloch schießen jetzt. Und den Bildschirm machen. Wow. Scheiße, wartet mal, Leute. Oh Gott, was will er? Ich versteh dich nicht. Ah, du hast nichts. Ja, da sind sechs Leute, wenn ich da bin. Oh Gott. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Äh, es gibt etwa sechs Leute in Cerno mit Orks. Oh. Okay. Danke für diese Information. Also, äh... Sei vorsichtig, Freunde. Okay. Okay. Sechs Leute, eh, rund um Cerno. Ja, mit... Na, okay. Hat's allgemein. Okay. In dem Fall, weit umlaufen, ne? Ja, jetzt ist die Frage, eh, wie umläuft man jetzt...? Das war der, der uns gewarnt hat. Du warst mit einem anderen Mann. Er hat einen AKM mit einem Ram Drump. Okay, okay. Ja, und du sagst, 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 wir sind Freunde. Da er ist, du sagst. Und nächste Mal besser du mich nicht nennen, okay? Oh, sorry. Okay, 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 das war mein Vater. So, dann, have good luck. Okay. Ja, du auch. Bye, bye, Buddies. See you next time. Bye. Yep, bye. Wrong one, shit. Sorry, wrong one. I don't know which one it is. Er zeigt dir einen Mettelfinger, oder was? Er probiert gerade die Dings-Dinger durch. Oh, what the fuck? Bye. Bye. Wie krieg ich jetzt diese scheiß Waffen wieder aus der Hand? Ich bin 27, ja, das stimmt. Das ist richtig. Er rennt halt echt mit dem Dinger zuerst nichts. Ja, bei diesem Cash stand auf dem Boden. Das ist das Kaputte. Wieso? Hey, der drückt doch ab. Ja, aber das Ding... Wieso ein Krüppel? Ne Ahnung. Bissi. Bissi, 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 Bissi. Ey, gib mir deine Steuer. Los, her damit. Was hast du für ne Waffe? Ja, was viel besseres als die Steuer. Hier, komm komm. Ich steh hier immer noch. Wir stehen hier immer noch auf dem fucking Public Server. Immer noch auf dieser scheiß Straße. Ja. Ja, liebe Freunde, falls ihr euch wundert, was da drüben steht, ich hab da letztens mal einen Bauauftrag gegeben und da haben die mir die Fässung gebaut. Ich wollte nämlich wieder mittelalterlich leben und habe euch gesagt, hier, ich brauche Verliese. Die sind da alle drin. Ich bin da im Turm ausgebaut. Das ist meine Lobby. Ich hab noch ein Zigarrenlobby da oben und ganz oben im Turm, dass man schlaft zum Ende. Es zieht ein bisschen aus. Ich komm nämlich in die warme Wolldecke. Ich muss mich jetzt verkloppen. Ja, hast du doch gehört. Ich muss nicht den Helm runternehmen und deine Maske. Achso. So. Können wir? Mit sexy Stiefel bleiben an. Ach, warte. Da ist noch ein Seil in der Hand. Okay, los geht's. Wir gehen auf den da. Nein, nein nicht. Ey. Fuck. Erste Regel des Fight Clubs. Ich hab ja gesagt, ihr kriegt Trachtflüge aus eures Lebens hier. Nicht du! Hör auf dich da einzumischen. Alter, hör jetzt auf. Ich bin unconscious. Komm her hier. Hier. Alter, fick dich. Ah, fuck. Aber ich glaub, du blutest. Oh ja. Ich bin dank Gott. Ja. Wacht der heute nochmal auf, der Typ? Das dauert ein bisschen. Warte mal. Ich klopf nochmal ein bisschen obendrauf. Der eine war nicht ohnmächtig. Der muss jetzt auch noch zu Boden gehen. Der drei Kopf. Der drei Kopf. Der drei Kopf. Immer so ein bisschen beiseite hier. Sonst... Hör auf. Hör auf. Ach man ey. Hör auf mit deinem scheiß Schläger. Ich bin... Okay, ich mach jetzt halt das Liggerchen. Ich bin halb müde. Ich bin so weit gelaufen jetzt, ne? Also... Da fällt man schon mal um. Lass das so nehmen. Der wacht nicht mehr auf. Hier, ey. Ja, dann muss ich ihn looten. Mich hat's beim Server gekriegt. Was? Jetzt ehrlich? Hier. Warte, dann loote ich dich mal eben. Dann loote ich dich mal eben. Und ich bin... So nicht tot, oder? Ja, wenn man anknackt ist es und sich auslockt, ist man tot. Oh. Wird's ehrlich? Wie... Er ist tot. Ich bin... Oh. Versuche ich mal seinen Waffen da zu looten um den Kram. Dass er den Kram noch holen kann. Oh ja, ich bin der Chair logis war und also. Nein, der ist ja gleich hier. Oh, Alter. Nicht der Ernst. Das geht mir halt dann immer ein bisschen auf den Sack. Hier hab ich wenigstens bis jetzt noch keine... Oh! Wo? Jetzt ist was denn? Ja, ich seh ihn. Nee, ich seh ihn nicht. Ich seh dich. Kill him. Waffe verloren. Ich weiß nicht wo wo. Jetzt gibt's was zu töten und ich bin nicht da. Oder hast du die Waffe? Ich hab welche? Die AK? Ja. Ja, die hab ich. Ah, toll, dass du die da nicht hingelegt hast. Ja, warte, ich werfe... Ja, ich hab dich getroffen. Okay. Okay. Hast du ihn sehen? Nein. Er schießt ihn nicht auf mich. Er schießt auf mich. Ich bin unconscious. Was? Ich bin tot. Oh. Alter, das ist nicht der Ernst. Es ist nicht der scheiß Ernst. Was? Warte, ich hab keine Waffe. Ich komm irgendwie an meine Winchester ran. Ich raste gleich aus. Das haben wir eben wo er war. Ich kann ihn nämlich nicht sehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Das ist ja das Ding, sonst hätte ich ihn schon lange erschossen. Ich hab erst gedacht, du veräppelst ihn. Nee, ist jetzt... Soll ich dich veräppeln? Ja, alles gut. Scheiße. Aber die kannst du mir mal geben, dass wir jetzt... Heißt du die Mosin? Was? Hast du die Mosin nicht gehört, oder? Nein. Unten Wasser, von uns aus ist Mosin. Scheiße. Gib mir mal das zweite Mech, damit ich nachladen kann nurfalls. Ja. Scheiße. Hier ist keine Glock? Fuck. Fuck. Warum schießt der da unten? Siehst du den auch? Nö. Da unten sind aber Häuser beim Hafen und daher kam der Schuss. Da drüben, da drüben, da drüben. Rechts, bei den Bahngleisen. Da drüben. Bei den Bahngleisen. Rechts, da bei dem hellen Haus. Hast du gesehen? Nö. Bei dem hellen Haus. Ich sag, wenn du ihn wieder siehst. Gerade, geradezu, 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 geradezu. Einfach gerade zwei Stück. Gerade zu rein. Ach da. Oh, oh. Die haben... Warum läuft der jetzt? Der läuft im Kreis. Der steht hier am Baum. Ja, renn weiter. Renn doch weiter, Mann. Du sollst sie ablenken, damit ich mich von links ranpirschen kann. Sachsen, oder was? Wer ist da? Da ist er. Versuch so ein bisschen zu überleben da vorne Na komm schon Nein Was? Die haben mich an kein Schiss geschossen Der eine hat ne Mausen und der andere hat ne MG Ich glaub der hat dir deine Steier Komisch noch lebe ich Jetzt bin ich tot Da hinten scheiße Bitte über die Gleise Scheiße ich muss hinterher Fuck Da oben die die Gleise lang oder was? Ja 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 Ich hab mich gesehen Ja er trifft mich und ich bin direkt tot Was hat ihr gemacht? Ja ja er hat mich direkt getroffen Alter ich bin gerade hinterm Baum vor Und lauf ein Stück und ich bin direkt tot Ja Ich hab keinen gesehen Ähm Kommst du bitte zur Tanke ich muss jetzt irgendwen erschießen Als Rache Ich Das kann ich nicht schlafen Bitte Guck mal her Nee Doch ich muss sie erschießen jetzt So Bounty Ja Komm her hier zur Tanke Ja ich musste eben kurz was zu essen Ich? Ja ich musste eben kurz was zu essen Was ist jetzt los? Ah Niemand erschießt mich oder Ich bin tot Tot? Ich bin tot Wie das denn jetzt? Wie das? Du hast auf meinen Kopf geschlagen ne? Ich weiß nicht ich bin einfach hingehrend und hab zugehauen Ja ich bin tot Mitten im Hockey-Schläger Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot